Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Social-Media-Agentur. In diesem Video stellen wir euch wieder zwei Instagram-Neuheiten vor, die demnächst auf Instagram veröffentlicht werden. Instagram Maps Search und Avatare. Wenn euch das Video gefällt, dann gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Instagram testet zurzeit ein Maps Search Feature. Bekannt ist das Feature bereits aus Snapchat. User können mit dem Maps Feature nicht nur gelistete Unternehmen in der App auf einer Karte sehen, sondern auch die Location zu öffentlichen Posts finden. Durch Hashtags können Restaurants, Geschäfte und andere Unternehmen gefunden werden. Unternehmen profitieren davon, denn sie bekommen dadurch mehr Sichtbarkeit. Australien und Neuseeland befinden sich gerade mit dem Maps Feature in der Testphase. Zugriff auf das neue Feature erhält man, indem man auf ein Icon neben der Search Bar im Discover Tab drückt, denn dort soll das Map-Icon angelegt werden. Nicht zum ersten Mal holt sich Instagram Inspiration für ein neues Feature bei der Konkurrenz. Erst vor etwas über einem Jahr wurde das TikTok-Format von der App kopiert und als Instagram Reels gelauncht. Stories wurden nach dem Erfolg von Snapchat-Stories auch auf Instagram eingeführt. Das neue Map-Feature ist somit eine weitere Funktion, für die Snapchat als Vorlage genommen wurde. Wann die Instagram-Kartenfunktion hier bei uns in Deutschland verfügbar sein wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Ein weiteres Feature, an dem Instagram gerade arbeitet, ist ebenfalls schon aus anderen Apps bekannt. Auf Twitter kam heraus, dass bald Avatare von Usern als Sticker in Instagram-Stories eingefügt werden können. Die personalisierten Avatare sind auf anderen Plattformen bereits sehr beliebt. Snapchat beispielsweise bietet sogar Kollektionen und Outfits für die Avatare der User an. Große Modemarken arbeiten mit Snapchat an Modekollektionen, um Outfits für die Avatare zu erstellen. Das könnte bald auch auf Instagram der Fall sein. Bei den vielen neuen Features, an denen Instagram gerade arbeitet, verliert man schnell den Überblick und die große Menge an Features kann sogar abschreckend wirken. Genauso war es nämlich vor einigen Jahren mit Facebook, woraufhin viele User zu Instagram wechselten, wo alles noch ganz simpel war. Zurzeit sieht man diesen Wechsel von Instagram zu TikTok. Es bleibt also spannend, wie sich Instagram in den nächsten Monaten entwickeln wird. Was haltet ihr von den vielen Erweiterungen? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Bei weiteren Fragen könnt ihr euch gerne an die Experten von eBakery wenden. Viel Erfolg wünscht euch, euer eBakery Team. Viel Erfolg wünscht euch, euer eBakery Team. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020